Hallo zusammen, JG Bonsai, ein neues Video. Heute bin ich draussen, bombastisches Wetter. Ich bin hier mit meiner BIG Fagus Silvatica Radbuche und wie ihr seht, die ist in einem grossen Kübel, etwa schon drei Jahre lang und jetzt ist die Zeit mal das wieder ein bisschen zu minimisieren, etwas Kleines machen. Der nächste Schritt und wir werden diese hier rein nehmen, versuchen mal etwa die Hälfte kleiner zu machen und ja, man hätte das vielleicht ein paar Wochen vorher machen können, eine Woche vorher wäre es besser gewesen, aber es ist noch nicht alle Knospen sind offen, überhaupt nicht nur einzelne, darum machen wir es jetzt heute. Es ist ein riesen Ding, wird viel Arbeit sein. Ich werde euch mitnehmen bei dieser Arbeit und mal schauen, was da unten rauskommt. Bin selber gespannt, nach drei Jahren, also von dem her schauen wir mal, wie es sich entwickelt hat und ja, ich hoffe es gefällt euch dieses Video. Lässt mir Kommentare, abonniert, das unterstützt der Kanal, um mehr Videos zu machen und wir sehen uns beim nächsten Video und euch wünsche ich viel Spass natürlich mit dieser Grosse und Topfung. Tschau zäme. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.